Ah, drüben wir so in der Kiste. Ich will da hin. Naja, erstmal eine Lösung finden für das Problem da hinten. Ich muss auf jeden Fall zu dieser Kugel, damit ich da die Dinger und so kaputt und so mache. Ah, erstmal rausfinden, was ich dem geben kann dafür. Wie sind denn das? Ich will mal wissen, ob das irgendwas passiert. Nö. Weiter nach oben kann ich nicht zielen. Ein Zappich, oh mein Gott. Ha, geht doch. Ui. Ah, aha. Aha, aha, aha. Aha, 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 aha. Aha, 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 okay. Juuuua, Matrix! Okay. Oh man. Ich weiß. Na toll. Ach, sind ja nur die mehr in schwarzen Vögel. Die können ja eh nix. Der Reiter kommt! Lass mich erstmal da hoch. Wollen wir ja faires Kampfprinzip habeln. So. Jetzt. Ja, ich weiß. Ich bin da ungefähr drei gegen einen. Stirb. Die Blinde. Sag ich doch, die mehr in schwarzen Vögel haben nix drauf. Das sind Lachfiguren. Die sind da dann, um mich zu belustigen oder so. Und dieses vibrierende Hervt! Dieses Geschrei auch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hä? 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 Okay. Das sind nur Fische. Oh Gott. Ich hab Angst. Das sind nur Fische. Das sind nur Fische. Keine Panik. Das sind nur Fische. Ich mag keine Wüste. Ich mag auch keine riesigen Würmer, die mich fressen wollen. Ich hoffe, diese komischen Würmer können nicht schwimmen. Wenn doch, dann... Ja. Dann mach ich mir in die Hose. Okay. Okay. Oh, ich nicht, aber... Ich kriege halt mein Herz einfach. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, aber ich habe total große Angst vor euch. Riesige. Ich zittere. Okay, diese komischen Tussen, die könnten mich ein bisschen merken. Aber wie doch. Riesige das nochmal. Riesige das nochmal. Riesige das nochmal. Eben bin ich auch nicht mehr. Riesige das nochmal. Chaosfresse, Stufenaufstieg. Jeeeeee. 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 Du hast ja gar nichts drauf. Was bist denn du für ein Kackner? Knob. Knob's müssen bei mir sterben. Ich lasse keine Knob's anleben. Da haben sogar diese doben Hexen, die mir grausen Sack gehen mehr drauf als du. Und die hauen gerade nicht ab. Mann. Ehh. So. Stirb. Darf ich mich jetzt immer auf die Tusse da konzentrieren? Einmal. Die hässigen Tusse. Sehr aus wie Banshees. Mann. Das mal hier. Vielleicht sind das auch Banshees. Ich weiß es noch nicht. Egal. Jetzt sind sie Hackbrei. Aus Gedärm und Blut. Und ein paar zerfetzte... Keine Ahnung was. Loll. Er hat gesagt... Ich wollte nur in die Kiste. Doofes. Gitter. Dingens. Menno. Boopo. 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 Boopo overdυ�jt. Da hinten ist mein Freund. Der riesige... Uah! Das hab ich jetzt gar nicht erwartet. Von hinten dann schleichen gilt aber nicht. Aua. Aua. Der eine ist runtergefallen. Tut mir gar nicht leid. Kommt er wieder hoch? Oder ist er jetzt einfach kaputt? Hackbrei. Vielleicht gefressen von dem Wurm. Das hätt ich sogar gerne gesehen. Egal. Ist weg. Was soll's? Risiger Wurm. Stier. Stier. Auf. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Oh mein Gott. Hättchen wirkt. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ist klar. Wie ein bisschen Geschrei fällt natürlich das ganze Teil da kaputt zusammen. Und ich hab grad Zitteranfälle. Da kannst du ein bisschen wackeln. Und komische Elektrokomische Dingsbumsviecher, die mal wieder nichts ausheißen. Aber voll cool aussehen. Als in der anderen. Komm mir grad den gegenwunnerven mich. So. Uähähähähäh. Kannst du aufhören so rumzuschreiten? Das macht mich ganz wahnsinnig. Oh Gott. Ich bin gleich da. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Seid ihr jetzt ohne Zeitverzögerung rüber? Seid ihr des Wahnsinns? Bin ich lebensmüde? Selbstmord gefährdet? Will ich Suizid begehen? Ich heiß Krieg. Ich will vielleicht Krieg begehen. Aber bestimmt nicht Selbstmord. Oh mein Gott. Okay. Okay. Das schaffe ich. Komm mal erst, wenn du es wieder vorne wieder weg bist. Komm mir nicht so an. Ich bin gar nicht da. Ich bin ganz unauffällig. Du siehst doch, wie klein ich bin. Also. Beachte mich einfach nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Fress mich nicht. Ich finde es ja irgendwie unlogisch, dass dieses bisschen Holz zu dem Wurm davor abhält, mich aufzufressen. Wenn ich den Wurm würde, würde ich das Teil einfach platt drücken. Fressen. Von unten. So. So. Wow. Wow. Okay. Was ist denn er? Ich glaub das. Ich hab Angst. Oh Gott. 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 Vielen Dank.